Das Internet of Things verändert Unternehmen und Städte weltweit. Über alle Branchen hinweg kommunizieren Milliarden vernetzter Geräte miteinander und liefern datengestützte Erkenntnisse, die eine Welt voller neuer Möglichkeiten eröffnen. Versorger können ihre Betriebseffizienz steigern, nachhaltig ihre Netzwerke aufbauen und durch Mehrwertdienste neue Einnahmequellen generieren. Städte können die Lebensqualität ihrer Bürger mithilfe von Smart City Anwendungen und durch mehr Nachhaltigkeit verbessern. Industriebetriebe können ihre Prozesse optimieren, dabei Betriebskosten senken und eine Fülle neuer Geschäftsmöglichkeiten nutzen. Wie also können Sie diese zukünftigen Potenziale voll ausschöpfen? Durch den sorgfältigen Aufbau eines IoT-Netzwerks, das zu Ihrer Strategie passt. Und das erfordert eine Reihe technischer Entscheidungen. Welche Technologie eignet sich am besten, um Ihnen die benötigten Informationen zu liefern? Wie können Sie eine leistungsfähige Infrastruktur mit nahtloser Konnektivität und der richtigen Reichweite kombinieren? Welche rechtlichen Anforderungen müssen Sie erfüllen? Welche Protokolle können sicherstellen, dass Ihr Netzwerk zukunftssicher ist? Wir von Dealmetering wollen Sie bei diesen Entscheidungen unterstützen. Durch unseren IoT-Network-Planning-Service stellen wir eine kompetente Beratung zur Verfügung. Im Gegensatz zu den meisten Anbietern ähnlicher Services haben wir uns zur Unabhängigkeit verpflichtet und konzentrieren uns darauf, das IoT-Netzwerk zu planen, das am besten zu Ihren spezifischen Anforderungen passt. Sie erfahren dabei mehr über die Besonderheiten von Standards wie NB-IoT, Sigfox, LoRaWAN und MyoT. Sie erhalten ein besseres Verständnis für neue Geschäftsmodelle, kosteneffektive Budgetierung und risikofreie Entscheidungen hinsichtlich IoT-Technologien. Unter Anleitung von Experten können Sie Ihr eigenes vollständig konformes und zukunftssicheres IoT-Netzwerk planen, um die Produktivität zu steigern und die Kosten zu senken. Und wenn Sie Hilfe bei der erfolgreichen Implementierung Ihres Netzwerks benötigen, würden wir bei Dealmetering uns sehr freuen, Sie als Partner unterstützen zu dürfen. Sind Sie bereit, die Chancen des IoT zu nutzen? רכien